Hast du schon gehört? Bushido ruft die Polizei, weil der Nachbar zu laut Musik hört. Er hat die Polizei gerufen, wenn jemand zu laut Musik gehört hat. Bushido ruft die Polizei, weil der Nachbar zu laut feiert. Er ist deutsch durch und durch. Das Ganze ist schon ein paar Jahre her, als Bushido samt Family noch in Berlin lebte. Der Nachbar hörte zu laut Musik und Bushido rief die Polizei. Ja, aber ey, Mann, das war um 2 Uhr nachts oder so. Meine Mutter hatte gerade eine Chemo hinter sich gehabt. Und dann war aber peinlich, da hat die Polizei bei mir geklingelt und meinte, komm mal raus hier. Er so, ey, muss das jetzt sein? Die hören doch deine Musik und so. Er war ein richtig Erangstreicher. Ob diese Situation krankheitsbedingt eine Ausnahmesituation war? Nein. Bushidos Frau Anna Maria betitelt den Rapper ganz klar als Prototyp-Allmann. Jungs, ich will ja jetzt kein Spielverderber sein, aber ab 22 Uhr ist Abendruhe. Ja, wirklich. Er ist deutsch durch und durch. Ich habe die Katze im Sack geheiratet. Für mehr Rap-News macht das Plus weg und folgt unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.